Wir haben noch eine Route übrig hier bei Magda Nebula, auch Magda Nebula bei Ratchet & Clank 2, und zwar die hier auf der rechten Seite. Und da habe ich ja irgendwie Erinnerungen, die ich nicht ganz zuordnen kann. Ich lasse mich überraschen, was hier passiert. Ich mache den Zahn noch etwas leiser. Und nutze natürlich die Wurfsterne. Und die haben wir noch nicht gelevelt. Das hört sich so an, als hätten wir schon fast alles gelevelt, was wir hier so haben. Ja gut, wir haben halt eine von drei Waffen. Aber was soll's. Ich weiß halt nicht, was es mit den Kämpfen auch auf sich hatte. Ob wir da vielleicht doch schon jetzt gegen so großen Viecher kämpfen könnten. Aber die Empfehlung ist ja, dass wir es nicht machen sollen. Deswegen werde ich der Empfehlung jetzt mal folgen. Und ich habe jetzt ja auch den ersten Part gerendert und habe da entsprechend jetzt rausgefunden, was ich eigentlich noch sagen wollte, bis mich dann die Stimme so komplett rausgerissen hatte. Und zwar den Counter, den wir da oben jetzt sehen. Diesen goldenen Bolt-Counter. Da hatte ich mich halt gefragt, ob das irgendeine Art Multiplikator ist oder was genau das jetzt... Warum es da ist. Ich meine nämlich, im ersten Teil war das nicht so, dass wir eine separate Anzeige für... Warte mal, das ist der Dynamone. Ich brauche das andere Gerät, den Traktorstrahl. Ähm, da hatten wir halt keine separate Anzeige für die aktuell gesammelten Bolts innerhalb von ein paar Sekunden. Sondern da war es halt wirklich der aktuelle Bolt... Äh, der Gesamt-Bolt-Counter, der da einfach aktualisiert wurde. Wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen frage ich mich halt, warum es da jetzt eine eigene gibt. Aber ich glaube nicht, dass es irgendein Multiplikat oder was in die Richtung ist. Das soll wahrscheinlich einfach nur verdeutlichen. Ey, die hast du gerade frisch gesammelt. Keine Ahnung. I don't know. Ähm, das Ding, brauchen wir das noch irgendwie hier drin vielleicht? Kann ich noch nicht sagen. Und irgendwie stört es mich ein bisschen, dass wenn ich hier das... Diesen Itemring öffne, dass die Musik nicht so ein bisschen leiser... Achso, warte mal, du bist ein Freund. Ich erinnere mich. Ähm. Ich würde gerne trotzdem mal gucken, ob ich das Ding vielleicht irgendwie nutzen kann, ja. Also die Säule scheinbar nicht. Gut, dann nehmen wir den Traktorstrahl für dich und stellen dich dorthin. War das temporär oder war das jetzt dauerhaft? Permanent. Naja, sie geht noch nicht wieder zu. Ich denke mal, die ist erstmal permanent so. Erstmal permanent. Ja, ist... Eine sehr kluge Formulierung. Achso, der Typ folgt mir. Okay. Aber die hier macht doch... Macht die nicht dasselbe irgendwie? Nee. Ja, mehr oder wie... Also, es ist eine ähnliche... Funktionsweise. Können wir die denn irgendwie selber werfen? Ist das möglich? Ähm. Ähm, nee. Das hat mir aber auch keinen Schaden gemacht, wie es aussieht, oder? Also, wir müssen das Ding da drauf ballern, das ist relativ klar. Aber ich weiß noch nicht so ganz wie. Und irgendwie vermisse ich diesen Sprung, den ich trotzdem schon die ganze Zeit ausführe. Mit Schultertasten und einfach X drücken, das, ähm... ...kriegen wir hoffentlich aber wieder. Irgendwie so einen schnellen Sprung, so einen weiten Sprung. Ja, okay. Wir müssen das Ding einfach gegen die Tür ballern. Also, es ist gar nicht mal wichtig, dass wir irgendwie diesen Punkt treffen, sondern es muss einfach nur in der Nähe der Tür sein. Das reicht schon. Sehr gut. Kannst du mal treffen? Was soll das? Und wie viel hältst du eigentlich aus? Ein paar mehr jedenfalls. So, dann... Ja, es ist ein bisschen nervig, hier immer wieder hin und her zu wechseln, aber naja. Achso, stimmt. Wir müssen nicht irgendwie schleudern, ne? War das nicht sowas irgendwie? Und das habe ich damals nicht verstanden? Kann das sein? Es muss schon fast sowas sein, dass ich irgendwie zu blöd war, das zu peilen. Keine Ahnung. Weil so lange ist der Weg auch eigentlich gar nicht. Sind wir jetzt nicht schon wieder draußen? Ja, fast. Ich bin gespannt. Das ist aber keine Leiter, wo wir auch können. Nö, okay. Ja, ich frag wieder richtig unnötige Sachen an mich selbst. Aber egal. Langsam kommen wir auch in die Region, wo wir vielleicht 15k zusammenkriegen. Für die nächste Waffe. Wo ich aber noch nicht weiß, ob ich mir die dann direkt holen soll. Weil ich glaube, wir werden noch ein bisschen... Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir die Wurfsterne auch hochgelevelt hätten. Wir haben jedenfalls schon einen weiteren Planeten begehbar. Besuchbar. Das weiß ich. Das weiß ich nicht. Da braucht man wieder so eine Kugel. Okay, okay. Jetzt wird es ein bisschen... Jump'n'Run lastiger, anspruchsvoller diesbezüglich. Ist hier noch irgendwas versteckt? Der Raum sieht halt irgendwie ein bisschen sass aus. Aber ich glaub, der ist halt wirklich nur für diesen einen Zweck da. Also kein Grund sass zu sein. Also... Ich glaub, den hatte ich noch, oder? Ist doch egal. Jetzt hab ich ihn definitiv. Jetzt hab ich ihn definitiv. War das das Problem, dass ich nicht verstanden hab, wofür der Bereich eigentlich da ist. Ähm, aber gut. Aber gut, wir haben hier noch ein Fragezeichen. Also irgendwas wird es hier zu finden geben. Das wird schon stimmen und seine Richtigkeit haben. Und ich werd's, denk' ich mal, auch gleich verstehen. Das trau' ich mir dann doch zu. So, muss ich jetzt diese Spratzel-Heinis erledigen, damit ich da durchkomme? Ist es das? Da ist auf jeden Fall so ne schöne Limousine wieder. Ah, es wird wahrscheinlich das sein. Ja, das, äh, könnte aber etwas dauern, den Bogen hier raus zu haben. So, vielleicht? Naja, sehr gut. Aber es ist cool. Das macht Spaß. Erinnert mich auch gerade ein bisschen an Crash von Sanity, an die Irrsinnsinsel. Na, so vielleicht? Ah, ein bisschen zu kurz. So aber. Naja. Okay. Da können wir da voll durchziehen. Und dann ist das Kraftfeld hoffentlich weg. Und jetzt? Wo bringt der mich hin? Nein. Haben wir den Rückweg schon? Ich weiß halt auch nicht, ob ich jetzt einsteigen soll, oder ob ich... Erstmal. Na, wobei, nee. Das ist jetzt einfach... Der Rückweg ist da. Gut. Alles klar. Äh, sabotiere die Halsabschneider Störsender. Okay. Das klingt nach einer Weltraumaufgabe, oder? Oder was war... Was ist das hier? Äh. Störsender. Ja, ich hatte auch, ähm, meine alte Playlist gestartet. Zerstöre sechs Sender. Um die Störstation auszuschalten. Ah, ja, ja, genau. Drücke die Quadrat-Taste, um den Schraubenschlüssel anzusetzen und gehe dann um die Plattform herum. Oh, Momentchen. Trifft die freigelegten Stangen, um die Türmen zu zerstören. Es gibt auf jeden Fall ein bisschen Beef. Nichts Schlimmes. Drücke die Select-Taste oder die R3-Taste. Es geht um Geld. Ähm, ah, okay, wir können jetzt... Ja, genau. Nee, ich hatte halt in meiner Playlist dann gesehen, ähm, dass ich irgendwie was mit Mario Galaxy verglichen hab. Und sowohl die Tatsache, dass wir zu einem anderen Planeten aufbrechen, als auch die Tatsache, dass wir jetzt eben hier diesen 360-Gang über den Planeten haben, sind natürlich sehr vergleichbar. Ja, logisch. So, und ich glaub, da hab ich mich ein bisschen lange aufgehalten mit. Das würde mich nicht wundern. Äh, ich hoffe, dass das Ding nicht komplett runtersackt. Verändert das jetzt hier nicht auch irgendwie seine Höhe hier teilweise und alles? Irgendwie hab ich da schlechte Erinnerungen dran. Verleidende Sender 5. Ähm, was hab ich denn gemacht? Ist irgendwie... Ich mein, den einen hab ich grad hochgestorbt. Ja. So. Aber da kam die Nachricht ja nicht. Achso, warte mal. Ich muss die noch, äh, zerstören, ne? Ja. Genau. Aber wie hab ich denn den einen überhaupt... Ach. Es... Ich versteh's noch nicht so ganz, was hier abgeht. Gehen wir mal da lang. Ich hab jetzt schon ein bisschen die Orientierung verloren, falls ich sie überhaupt hier hatte. Mhm, mhm, mhm. Das hier... Bringt mich das hier genau. Das bringt mich irgendwie hoch, genau. Ich hab auch noch nicht so ganz verinnerlicht, nach was ich genau Ausschau halten muss jetzt. Hauptsache, ich hab immer genug Leben. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich sterbe. Ist ja komisch, wenn ich alles nochmal machen müsste, aber es... So hundertprozentig wundern würde es mich jetzt nicht. So, ich glaub ich muss einfach nur einmal... Kann ich vielleicht auch einen Wurfstern draufballern? Ach, der trifft nicht wirklich, okay. Also einfach nur einmal draufballern und abbauen, das reicht. Das hier darf ich auch noch berühren, ne? Okay. Was ist... Was sind das hier eigentlich für Dinger? Sollte mich das überhaupt interessieren. Achso, hier kann ich... Ah, okay, okay. Geht mal weg, bitte. Sehr süpie. Das ist jetzt halt das Problem, dass das eher eine Fernkampfwaffe ist. Die Wurfsterne und das jetzt eigentlich nicht so viel Sinn macht. Wenn ich schon auf der gleichen Plattform wie die stehe. Aber naja, was soll's. Ich schlag mich jetzt hier mal ein bisschen mit durch. Wenn die mir zu nahe kommen, werde ich aber mit dem Schraubenschlüssel agieren. Das ist es dann doch nicht wert sonst. So, hier haben wir jedenfalls noch... Geräte, bei denen es auch durchaus sinnvoll ist. Mit dem Schraub, mit dem... Oh! Mit dem Wurfstern. Und natürlich einen weiteren... Ein weiteres Schräubchen. Ich glaube, wir können den Part noch gut auf Magda Nebula verbringen. Mal gucken. So, jetzt kann ich mich hier einfach irgendwie fallen lassen. Ist das okay? Gibt's in dem Spiel Fallschaden? Ich glaube nicht. Ich überlege gerade, ob ich im ersten Teil überhaupt jemals irgendwo runterfallen konnte, so richtig. Aber ich glaube, es gibt in den ersten beiden Spielen hier jetzt erstmal keinen Fallschaden, so prinzipiell. So, ihr könnt bitte auch alle mal an den Wurfstern krepieren. Fände ich super. Und dieses Plattform-für-Plattform-mäßige erinnert mich jetzt auch schon wieder an Crash of the Titans. An dieses eine Level, wo man draußen, wo auf diesem komischen Plattform sich so hocharbeiten muss. Und alles und oh shit. Ich habe auch nur noch fünf Wurfsterne. Ein bisschen Munition. Fände ich ganz nett. Irgendwo. Naja. Dann muss gleich wieder der Lancer herhalten, wie es scheint. Nein! Oh Gott! Er kann sich zum Glück festhalten. Ich weiß nicht, wie ich jetzt wieder schnell hier hinkomme, wenn ich hier runterfalle. Ich würde lieber erstmal meine Mission hier beenden, bevor das passiert. Runterfallen muss ich ja sowieso wieder. So, ein verbleibender Sender. Ja. Kann ich hier auch irgendwie... Ja, okay. Ich kann hier so... Achso, das ist der hier, ne? Wahrscheinlich. Wie komme ich da hin? Und warum habe ich jetzt keine Musik mehr? Ich habe keine Ahnung. Der Schlüssel da unten vielleicht einfach irgendwie so. Ich glaube, ich habe doch jetzt... Waren das nicht sechs Stück? Und ich habe glaube ich... Bisher drei oben irgendwo... Gekillt. Und zwei unten. Und das ist eigentlich für mich logisch wäre... Wenn ich jetzt hier noch ein bisschen am Boden bleiben sollte. Und dort... Das letzte Ding finden. Also den letzten... Die letzte Schraube zum reindrehen. Das werde ich jetzt jedenfalls mal tun. Aber sobald hier oben natürlich irgendwo Gegner sind... Weiß ich, dass ich da noch nicht war und dass da was... Noch zu holen ist. Das letzte Teil. Also ich habe jetzt gerade zumindest von oben da auch... Keine Schraube gesehen. Danach habe ich halt schon Ausschau gehalten jetzt. Auch wenn ich ja dieses Teil gesehen habe, was so... Leuchtet noch. Das ist das hier. Also eigentlich würde ich ja schon vermuten, dass es da irgendwo sein sollte. Also gehen wir jetzt nochmal in die Richtung. Finde ich hier jetzt irgendwas? Oder es ist doch was ganz anderes. Und ich halte gerade nach dem falschen Ausschau. Nach der falschen Sache. Das haben wir hier. Das ist was, was wir schon gemacht haben. Okay. Nun gut. Gut. Hier ist halt auch nicht so viel los, ne? Die Musik gehen dann ein bisschen an Ameisenaufstand aus Transcenity. Ich weiß nicht, was da die ganze Zeit für ein komisches... Surren, Knorren, irgendwas... Dazwischen. Was das ist. Da waren noch welche, ne? Da waren noch welche. Also doch oben. Nun gut. Wenn das Spiel das so will. Aber ich bekomme auch immer wieder Energie irgendwie. Also Leben. Aber keine Munition. Das finde ich ein bisschen frech. Ne. Können natürlich auch die Gravi-Bomb ein bisschen nutzen. Können ja schon mal hier ein bisschen was hinfeuern. Was irgendwie nichts gebracht hat. Wie so... Ach, aber die kriegen wir oder was? Ah, Wurfstellen-Munition. Schön. Ich muss aber doch wahrscheinlich da hin, oder? Naja. Erstmal können wir auch... Ah, ne. Wir müssen hier hin. Okay. Guckst du hier wo kommt nochmal? Mensch. Also ich glaube aus der Höhe, die zu droppen, bringt so gar nichts. Naja. Dann halt nicht. Und irgendwie verwundert es mich jedes Mal, dass wir das gegen den Uhrzeigersinn machen müssen. Aber wie kommen wir denn auf die andere Plattform? Können wir da einfach so problemlos so rüber mit dem Teil hier? Saubere Arbeit, Junge. Du bist in dieser Unterwäsche nicht zu ersetzen. Jedenfalls wird der schön dickliche Dieb jetzt von den Halsabschneidern geschützt. Aber... Vielleicht weiß ich, wie du dich bei ihnen einschlamausern kannst. Wird es... gefährlich? Nein, nein, nein. Naja, äh, doch, äh, eigentlich, äh, ja schon. Cool. Sieh dir das an. Dem Wind im Haar, die Sonne auf der Haut, die fliegen in deinem Mund. Wir sind die Wüstenfahrer. Bevor ich zu den Wüstenfahrern kam, hatte ich keine Freunde. Ich hatte Zweifel an mir selbst, Mundgeruch und eine Schwäche für Damenunterwäsche. Aber diese Jungs hier, die verstehen mich. Bin wegen der Kuchentheke hier. Äh, äh, außerdem mach ich auch die süßen Handschuhe für die Jungs. Wenn Sie das Zeug dazu haben, können Sie mit dieser Probemitgliedschaft am härtesten Hoverbike-Rennen der Galaxie teilnehmen. Gewinnen Sie und werden Sie einer von uns. Die Wüstenfahrer. Der Lieblingsverein der Halsabschneider. Alle Wüstenfahrer haben Megacorp-Räder, also musste ich nur ein paar Fäden ziehen. Melde dich, wenn du weitere Informatierungen hast. FizzWidget endet. Okay, jetzt kommen wir aber wieder auf Magda Nebula, oder? Also das finde ich ja immer noch ganz cool an den, zumindest den ersten beiden Teilen, die ich jetzt hier gespielt habe oder spiele gerade. Ähm, dass man halt ja immer auf einem Planeten so eine Hauptmission hat und dann aber eine Nebenmission hat, die einem weitere Planeten freischaltet. Es aber irgendwann halt darauf hinausläuft, dass man diese Nebenmissionen gemacht haben muss, Planeten freigeschaltet haben muss und da vielleicht Gegenstände gekriegt haben muss, damit man dann wirklich weiterkommt. Also das finde ich irgendwie immer schon ein cooles System. Und jetzt haben wir also... Wobei, stand das da jetzt eigentlich überhaupt, dass wir wirklich einen Planeten freigeschaltet haben jetzt nochmal? Das werden wir jetzt gleich sehen. Denn hier sind wir jetzt erstmal fertig, wenn die mir ja empfehlen, hier nicht weiter zu kämpfen. Ich gucke auch nochmal hier kurz rein, aber da wird ja nichts anderes sein, außer die Blitzpistole, die wir uns immer noch nicht leisten können. Also, betreten wir das Schiff. Ja, ja doch, genau. Wir haben jetzt den Vukuwa Canyon freigeschaltet. Und da wird dann das Rennen stattfinden, ja. Diese Höhle, die sagt mir auch noch was, irgendwie. Aber, ich würde dann jetzt erstmal noch Megapolis, denke ich mal. Vielleicht sollte man es genau andersrum jetzt machen, aber wer weiß. So, und da haben wir auch noch Clanks Wohnung und entsprechend das Easter Egg. Gibt es nochmal eine Sequenz? Wahrscheinlich nicht. Die gerade war auch wieder, das war wieder so eine vorgerenderte, die wieder nicht in richtigem Format war. Endarko ist auch wieder so ein Planetennamen, den ich mir niemals merken werde. Für mich ist es dann immer Megapolis. Hier kommt bestimmt noch irgendwie eine Abkürzung hin oder irgendwas. Hier haben wir noch ein paar Kisten, die nehme ich gerne mal mit, um noch ein paar Boats zu sammeln. Gibt es hier auch wieder so einen miesen Platin-Boat in dem Fall, wo ich irgendwo runterspringen muss. Ich würde es nicht ausschließen. Ich frage mich, ob ich damals alles gesammelt hatte. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja, es ist wie immer, wir haben jetzt wieder neue Waffen und diesmal noch teurere das Impulsgewehr und das Mini-Gefechtsturm-Handschuh-Teil. Ferngelenkte Türme, nehmen dir die Arbeit ab. Impulsgewehr, zoome an die bösen Jungs heran und schalte sie aus der Distanz aus. Ja, das sind wieder so größere Waffen, die wahrscheinlich für krassere Gegner dann mehr oder weniger schon fast notwendig sind. Das hier ist, ähm, das hört sich nach dem Gerät an aus dem ersten Teil, dessen Namen ich nicht mehr kenne. Der Strominator, nee, also ich weiß es leider nicht mehr. Ja, bei sich doch, aber das sieht scheiße aus und fühlt sich nicht richtig an. Ne, ich weiß es leider echt nicht mehr. So, der Elektrolysator. Ach, aber den muss ich gar nicht mehr ausrüsten, das ist auch noch eine nette Änderung im Gegensatz zum Dietrich früher. So, was kommt jetzt? Das da unten kommt dann, dann kommt das da, dann kommt das links, dann die beiden und der von oben. Alles klar. Ich würde trotzdem gerne mal auf die Karte gucken vorher. Bevor ich jetzt hier einfach irgendwo reingehe. Okay, es ist einfach so eine Kreisstadt. Ja, okay. Wie nah ist das denn? Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Gebäudekomplex. Na ja. Gucken wir mal, was wir mit den Wurfsternen so alles erreichen können. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich sterben werde. Aber was soll's. Ich werde jetzt bei der Strategie, kann man es so nennen, erstmal bleiben, dass ich die Wurfsterne benutze und versuche die aufzuleveln. Und vielleicht habe ich dann auch genug Geld, dass ich mich zwischen Waffen entscheiden könnte. Und das ist jetzt dieser Magnet-Hin-und-Herschieb-Raum glaube ich, an den ich mich irgendwie so ein bisschen erinnern konnte. Naja, wir müssen erstmal wieder mit dem Elektrolysator irgendwas öffnen. Und ich glaube, dann können wir nämlich im Nebenraum oder sowas irgendwie das machen und so und ja. Okay, okay. Jetzt langsam wird es ein bisschen komplexer. Aber alles noch möglich. Die Sache ist halt, dass die jetzt knapper aufeinander folgen. Kran aktivieren. Achso, das. Ja, genau. Genau, genau, genau. Irgendwie sowas. Ja. Kann ich die auch heben? Ist das möglich? Nee. Also ich kann wirklich nur diese... Ah, Brocken hier. Nehmen. Na gut, dann. Werden wir in die Boats irgendwie direkt gutgeschrieben? Sollte ich das noch irgendwo anders hinschieben? Außer hier? Gibt es hier wieder so ein Plating-Boat dann oder so? Keine Ahnung. Ich werde jetzt jedenfalls nicht die Gegner zerquetschen, wenn das überhaupt geht. Das machen wir lieber mal mit den Hofsternen. Zumindest mit den dreien, die ich noch habe. Gut, den einen. Ach, der, 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 der wurde, der wurde noch betroffen. Schön. Reicht das hier überhaupt, wie ich das jetzt platziert habe? Oder ist das zu weit weg? Ne, das, das müsste reichen. Ja, ansonsten ist hier nichts in dem Raum. Okay. Aber es könnte sein, dass dieses Spielchen noch ein paar Mal gespielt wird jetzt. Das will ich nicht ausschließen. Kann ich mich jetzt einfach sofort bewegen? Ich muss mich wahrscheinlich auf diesen Metallstreben aufhalten. Oh. Äh, Gravi-Bomben? Maybe? I don't know. Oh, sehr schön. Ich habe das Viech getroffen. Ich dachte, es wäre weg. Was macht das Ding eigentlich? Das macht so Feuer-Strahl-Dinge. Äh, ne? Die mich nicht treffen sollten. Am besten. Die fliegen überraschend weit. Ich bin überrascht. Das traue ich denen gar nicht zu. Hallo. Hört mal bitte. Ja. War klar, dass das nicht so ohne weiteres passiert. Ui, ui, ui. Das Viech hat mich, glaube ich, schon getroffen. Aber... Noch passt das alles. Hier muss ich bestimmt runter. Ach, keine Ahnung. Ich werde jedenfalls jetzt nichts blind versuchen. Auf keinen Fall. Ich glaube, zwei Gravi-Bomben hatten gerade gereicht. Sieht so aus. Was ist denn da hinten? Okay, es ist keine Leid. Das ist einfach nur eine Fenster-Font. Da muss ich also nicht wie blöd einfach hinspringen. Und da respawnen Gegner. Ähm... Woran liegt das? Oder respawnen die doch nicht? Endlos. Scheinbar nicht. Mehr ist hier aber auch nicht. Nun gut. Wo sind wir karten-technisch? Noch nicht so weit. Und die Gravi-Bomben sind jetzt auch leer. Ich muss also wohl oder übel zum schweren Lancer greifen. Bis ich die nächste Munitionskiste erwische. Wobei ich natürlich auch... Munition hätte kaufen können, fällt mir ein. Es wäre durchaus möglich gewesen. Aber nun gut. Aber nun gut. Bringt es was mit dem Schraubenschlüssel zu agieren? Hm. Nanotech-Update? Sehr schön. Äh, Upgrade. Ich glaube nicht, dass es heutzutage noch Updates gibt. Wo sind wir? Wo sind wir? Da. Dann rechts. Dann oben. Ja. Dann rechts oben. Links oben. Nein, da. Ja, 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 ja. Ja, passt. Das kann man noch nicht kommentieren. Okay. Müssen wir vielleicht jetzt an ein Secret denken? Was haben wir hier überhaupt zu tun? Müssen wir mit dem Teil agieren? Naja. Ähm. Naja. Achso, aber es gibt einen Nebenraum. Okay. Alter, ist das hier riesig. Kann ich jetzt noch auf die Karte gucken? Natürlich nicht. Das hier sieht mir ein bisschen sus aus. Vor allem auch, wenn wir da oben in die linke Ecke gucken. Das kann aber auch wieder ein Grafik-Bug sein. Ähm. Es sieht mir doch schon sehr danach aus, als müsste ich da erstmal was hinlegen. Deswegen tue ich jetzt genau das. Ich werde jetzt an diese Stelle hier den Block legen. So. Oh. Achso. Der Block... Hä? Es ist ein... Okay, also ganz verstanden habe ich das ja dann doch nicht. Na gut, dann mach halt mal hier auf. Ja. Das da? Ich weiß noch nicht so ganz, was hier passieren soll. Ich probiere jetzt halt mal ein bisschen aus, ne. So. Hm. Da ist ja auch schon noch so eine Öffnung hier. Aber das... Da kann ich das nicht irgendwie durchbringen. Okay, das sollte ich tun. Schön. War das denn gerade ein anderes Ding? Kann ich ja auch noch weiter? Hm. Ah. Das hier war das Ding. Alles klar. Dann nehme ich das mit. Das hier hatten wir gerade so ein Ding. Also kein Explosives, sondern einfach nur eine normale Kiste. Ich würde halt gerne... Das kann halt kompletter Quatsch sein, was ich gerade mache. Aber... Einfach so ein Gefühl, ne. Gucken wir mal auf die Karte. Ich meine... Ihr seht doch da noch diese Ausbeulung. Da unten. Da muss was sein. Aber ich glaube, das ist sowas, was so als Secret-Raum später markiert wird. Das gibt's bestimmt hier auch wieder. Oh, warte mal. Ich sollte vielleicht erstmal den Gegner besiegen. Das... Würde mir die Sache ein bisschen einfacher machen. Na ja, da ist was. Aber das ist zu... Schade. Also ich kann da nichts erreichen gerade. Wahrscheinlich. Naja, wobei, doch kann ich schon. Dafür müsste ich das Ding aber wahrscheinlich ein bisschen besser platzieren. Das ist doch dasselbe Tor, wie ich gerade mit dem Teil aufgemacht habe, ne. Weil ich habe ja vorhin das Teil auch mal dahingestellt. Aber es ist nichts passiert. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich schon diesen stabilen Block erstmal nehmen muss. Ich platziere ihn jetzt nochmal ein bisschen besser. So. Und darauf dann den explosiven Block, damit dann auch wirklich die Tür... Ja, in Reichweite von diesem TNT-Teil hier ist. Sehr schön. Alles klar. Ich habe also jedenfalls nichts umsonst gemacht. Und das wird ziemlich sicher ein Platin-Boat sein. Ich wüsste jetzt nicht, was da sonst jetzt auf mich warten sollte. Das ist auch zu versteckt, als dass das irgendwas ultrawichtiges ist. Ja. Alles klar. Sehr schön. Sehr schön. Hat mir gefallen. Und ich bin der Meinung, dass das definitiv ein kleiner Grafik-Bug ist, der mir halt eigentlich schon so ein bisschen ja auch gespoilert hat, dass da ein Raum sein muss. Also da war ja so ein bisschen grau zu sehen auf der linken Seite des Bildes. Und eigentlich sollte dann nur diese rötliche Wand hier sein. Ändert jetzt nichts an der Tatsache, dass wir natürlich schon noch das Ding richtig positionieren müssen. dann kann ich es auch noch mal zeigen. Und ich wünschte, ich könnte hier schneller durch, ne? Warte mal, hier ist ja auch noch ein... Da ist ja auch noch eine Tür, wo ich theoretisch was machen könnte. Ähm, Dynamo? Ne, warte mal. Kann ich dann noch nichts machen? Was hat es damit auf sich genau? Ich weiß es nicht. Scheint nicht wichtig zu sein. Gut, dann... Also scheint gerade nicht wichtig zu sein. Sagen wir mal so. Und auch dieses Ding ist so langsam. Meine Güte. Loslassen. So. Wie weit sind wir denn jetzt? Oh, es ist immer noch verdammt weit. Ich muss, glaube ich, mal eine kleine Pause machen. Hier.